So, hallo, herzlich willkommen zum Thai-Box, ich bin Linda, wir machen uns erstmal warm, marschiere an der Stelle auf rechts. Atme ruhig, ein und aus, nimm die Arme aktiv mit, zieh die Knie hoch, noch, 8, 7, 6, 5, 4, 3, öffnen und schließ die Füße, aus, zu, aus, zu. Arme gehen mit, Oberkörper-Rotation, 5, 4, noch, auf, zu, 3, 2, der Side-to-Side, verlangen, 5, 6, noch, 8, 4, noch, 8, 4, Arme vor im Wechsel, hoch, hoch, lang gestreckt nach vorne, 4, 3, Überkopf nach oben, lang, hoch, zieh, 8, mehr, hoch, hoch, vier noch, Diagonal nach unten, tief, tief, weg, weg, Bauch ist angespannt, 8, noch, viermal, Arme locker, gut, rechts und links, Noch einmal im Wechsel nach vorne, komm, rechts, rechts, überkopf, diagonal, hoch, hoch, zieh, zieh, schräg nach unten, tief, tief, Marsch am Blatt, auf, weiter, weiter, höher, die Knie, Arme weit, mit, nehmen, Du nimmst den rechten Arm hoch, runter, hoch, tief, hoch, tief, links bis dran, viermal, hoch, tief, hoch, ab, reiß die Schultern nach Hitze, rück, 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 Vorwärts, vorwärts, drei, zwei, vor, vor, vier, drei, im Wechsel, rück, 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 Vier mehr, auf, ran, drei, zwei, bleib geöffnet, Federn durch, tief, locken, langsameres Federn, tief, tief, zieh, genau, nochmal Schultern, beide rücken, drei, rücken, rücken, rücken. Wichtig ist beim Teilbox gut den Oberkörper, den Schulterbereich aufzuwärmen, noch vier, drei, vorwärts, kreisen, vor, vor, Bauch ist fest, vier, drei, zwei, rückwärts, hinweg, fest, rechts, links, rein, zurück, neben den Unterarm, zurück, 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 lang, lang, Schulterkreis vorwärts, vor, 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 und den Ellenbogen mit, vor, vor, sieben, sieben, acht, neun, vor, die letzten vier, drei, zwei, und lang, gut, Federn weiter, tief, Wir kommen in einen Doppelstep-Tansch, rechts, und lang, Federn, 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 Jawohl, dreh dich mit dem Oberkörper, rechts, und links, komm, rechts, und links, Arme halten dazu, komm, seit, seit, noch drei, rechts, und links, zwei, Oberkörper, rotiert mit, seit, 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 jawohl, in der Mitte, Federn, tief, tief, Arme atmen, ein und aus, Du nimmst die Position, Deckung ein, Finger einrollen, Daumen drauf, Schulter locker, tief, tief, jawohl, Federn, hier, Grundposition für unsere Schläge, wir beginnen mit dem Punch, Cross, Punch zur Seite, linke Faust, Cross, Wechsel, nochmal, Pause in der Mitte, vier, drei, zwei, jetzt die andere Seite, komm, rechte Faust, vier noch, dreh die Hüfte mit ein, Bein, das Knie, Ferse hoch und hoch, fest, viermal links, drei, zwei noch, wechsel, vier mit rechts, drei, zwei, Tempo schneller jetzt, vier, drei, zwei, und wechseln, Noch einmal, vier, jeweils, wechseln, zweimal, weiter doppelt, links, und rechts, letzter, locker in der Mitte, Arme locken, Noch einmal, Doppel-Step-Touch, rechts beginnt jetzt, es geht los, hier, seit, 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 Arme mit, linke Faust, Immer zwei, Fuß eins, vier noch, doppelt, drei, Zwei, zwei, letzter, und Bounce, jawohl, Hände in der Deckung, Grundposition, Punch vor, im Wechsel, rechts, links, schnell die Faust zurückziehen, Du schlägst mit dem Mittelfingerbereich, Schräg nach oben, komm, hoch, hoch, Hüfte dreht mit ein, Bauch ist fest, acht noch, lang, vier noch, drei, doppelt zur Seite, komm, links, wechseln, noch einmal, Tief ausatmen, letztes Mal, hin und zurück, nach vorne, Punch, im Wechsel, rechts, links, vier noch, drei, nach oben, Cross, vier, drei, zwei, Bounce, locker, gut, bleib hier, Wir hängen noch einen Schlag dazu, der Uppercut, von unten, hoch, zieh, hoch, zieh, hoch, als würde man ein Kind haben, Erstmal von unten, probieren, zerren wir schneller, komm, Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, doppelt Snap-Touch, linke Faust, wechseln, Vor, Punch, komm, rechts, links, Cross nach oben, der Uppercut, wechseln, komm, rechts, links, vier, drei, zwei, und locker, Bounce, eine Folge noch, diese Reihenfolge, ab dem Doppel-Step-Touch, komm jetzt, Noch einmal, Punch, vor, rechts, beginn, komm, hoch, gekreuzzt, der Apatat, komm, vier mehr, drei, zwei, und locker, mach, sehr gut. Wir kommen zum ersten Ausdauerteil, ich waschiere an der Stelle, Hände mal entspannen dabei, Diese Teile sind ja so gedacht, dass du mal aus dieser Faustposition rauskommst, die Hände wieder entspannen können. Atme ein, und raus, strechen, zwei, noch, lang, hoch, Letzter, an der Stelle, lockere Stoff, hopp, Finger gestreit, Arme aktiv mit, im Bizeps, Kürz, Weiter, noch, acht, sieben, sechs, fünf, vier, Seißig, hieb die Arme, Schulter höher, Halt, acht, 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 Tempo schneller, komm, hoch, hoch, zieh, zieh, Spannung in den Schultern, noch acht, hoch, vier noch, March an der Stelle rechts, durchatmen, ein, und aus. Du kannst jederzeit im March bleiben, wenn es dir zu anstrengend wird und wenn dein Puls zu weit nach oben geht. Noch mal im Wechsel ranziehen. Acht noch, sieben, vier, drei, zwei, seitlich langsam, hoch, tief. Vier mehr, hoch, ab. Schnelles Tempo ziehen, hoch, hoch. Noch achtmal, hoch. Vier Stück, an der Stelle, March, Arme locken. Gut. Öffne weiter die Position der Füße, Feder an der Stelle hier. Wir atmen ein, lange Arme, und aus. Bring die Hände in die Deckung, Schultern locker, Bauch ist weg. Mach mal unsere Folge von Anfang, Doppel-Step-Touch, komm, Punch. Punch vor, im Wechsel, rechts, links, Cross. Upper Cut, Kopf, rechts, links, vier noch. Und locker, Bounce. Sehr schön. Schultern entspannen, Bauch bleibt immer fest. Noch eine Runde, Kopf, links. Vor, rechts, links, Cross, nach oben. Upper Cut. Vier, drei, zwei, und locker, Bounce. Sehr schön. Wir machen weiter mit den Beinen, locker die Arme, March aufrecht. Du ziehst an der Seite des Knie hoch, zieh hoch, ab, hoch, ab. Arme mit, zieh hoch. Vier, drei, zwei, und wechseln, Kopf, hoch, ab, aus, ein. Spannung fest in der Teil. Vier, drei, zwei, und March aufrecht, am Platz. Good. Wir heben seitlich das Bein in einen Kick. Der Kick wird erstmal flach ausgeführt, 45 Grad, rechts beginnt. Kick, March, March, Kick. March, March, Kick. Fußes Flex. Und wenn du kannst, Hüft höher. Atme aus, Kick, schau in die Richtung. Vier noch, hoch, acht, drei, zwei, und March. Ein Kick, 45 Grad, ein Kick hier auf Seite 90. Hals zunächst nochmal die Hände eingestützt. Zur Faust. Wir beginnen. Flach und hoch. Los, Kick, flach, hoch, Marsch. Noch ein Mal. Kick, Kick und Marsch. Wieder rechts, hoch und Marsch. Noch ein Kick, hoch, Marsch. Seid auf. Lächster. Gut. Bleib im Marsch. Linke Seite. Tief unten erstmal. Los geht's. Rang. Rang. Schau in die Richtung. Vier noch. Rang. Zwei. Höher jetzt. Höher jetzt. Vier. Da vorne noch vier. Spann die Seite an. Drei. Zwei. Hoch. Und Marsch am Platz auf links. Wir kombinieren tiefer und hoher Kick. Gleich geht es los. Händenstützen ein. Und jetzt tief und hoch. Tief, hoch, Marsch. Da heim, Marsch. Tief, hoch und Marsch. 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 Vier noch davon. Zeit. Hoch und Marsch. Weich mit dem Oberkörper etwas aus. Noch zwei. Hoch. Let's start. Hoch und Marsch. Good. Arme locker. Wir kombinieren einen seitlichen Squat. Ausfallschritt mit den zwei Kicks. Tief und hoch. Der Squat geht links. Und du kickst tief, hoch. Squat. Rang. Tief, hoch. Wenn du magst, schlag dazu. Kopf. Rang. Du kannst den Kick auf Höhe ausführen. Aus. Rang. Let's start. Rang. Marsch links, Kopf. Sehr schön. Alles mit der anderen Seite. Tiefer Squat nach rechts. Kick links, tief unten. hoch. Es geht los. Kopf. Tief. Rang. Splat. Weg. Tief. Rang. Weg. Davon noch vier. Kopf. Auf. Rang. Tief und hoch. Zwei noch. Let's start. Spannung halten. Marsch. Good. Diese beiden Kombi hängen wir an unsere Kombination der Arme. Das heißt, nach dem Uppercut beginnt zunächst der tiefe Squat mit dem linken Bein und die Kicks nach rechts. Atme weit ein. Lange Arme. Aus. In die Deckung. Baus. Stop it. Wechseln. Nachmachen. Punch vor rechts. Beginnt. Nach oben. Cross. Jetzt. Der Uppercut. Jetzt. Vier mehr. Drei. Zwei. Squat. Tief. Rang. Tief. Hoch. Normal. Andere Seite. Squat. Rang. Tief. Hoch. Auf. Rang. Zwei noch. Schau zum Ball. Letzter. Und March. Good. Durchatmen. Das wiederholen wir nochmal. Nach dem letzten Uppercut bist du schon in der Position für den Squat und kannst direkt nach rechts den Kick ausführen. Wir wiederholen. Ein- und ausatmen. Kontrolliere deinen Puls. Wenn du in Zone 3 kommst, mach etwas langsamer. Schleif nur im March und atme ruhig ein und aus. Geh hier in die Grundposition. Bounce. Fester Po. Fester Po. Seite. Nama. Kommt fort. Rechts. Legs. Hoch. Der A-Packat. Jetzt. Vier noch. Drei. Bleib hier in Squats. Ziet tief. Schließt. Rang. Kick. Nochmal. Rang. Zwei noch rechts. Rang. Kick. Letzter. Rang. Und wechsel. Kommt. Links. Ab. Zwei noch. Tief. Let's go. Sehr schön. Und Marsch. Auf rechts. Riebe. Wenn du möchtest, dringst dich inzwischen etwas. Bleib weiter in der Bewegung. Marsch. Am Blatt. Währenddessen in kleinen Schlucken etwas trinken. Gerade bei den Ausdauersportarten ist es wichtig, viel dabei zu trinken. In der Pro Stunde sagt man etwa einen Liter Flüssigkeit, den man dem Körper wieder zuführen sollte. Atem weit ein. Wir machen noch zweimal unsere Folge. Trecken. Deckung. Und komm seit. Wechsel. Nochmal. Punch. Schmuck. Schmuck. Nach oben. Der Upper Cut jetzt. Vier noch. Drei. Squat mit den Kicks. Squat. ran. Kick. 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 Squat. Ran. Zweimal andere Salbe. Squat. Ran. Kick. Weg. Sehr schön. Und Marsch. Auf rechts. Noch eine Runde. Deckung. Position. Komm seit. Nochmal. Punch. Vor. Vier. Drei. Zwei. Hoch. Und Upper Cut. Vier noch. Zieh. In den Squat. Ran. Tief. Weg. Squat. Ran. Andere Seite. Zieh. Fang. Kick. Auf. Ran. Marsch. Auf rechts. Locken. Prima. Wir machen noch einen Ausdauerteil. Atme ein. Und aus. Hände lockern. Joggen an der Stelle. Auf rechts. Arme Bizeps. Körn. Im Wechsel. Andenkeln. Finger sind gespreizt. Parallel. Kopf. Hoch. Noch acht Stück. Hoch. Vier machen. Seite heben. Zieh. Acht. Sieben. Acht. Weiter langsam. Hoch. Tief. Zweimal. Tempo steigern. Jetzt. Komm. Hoch. Zieh. Die letzten acht. Hoch. Vier noch. March an der Stelle. Kontrolliere deine Herzbequenz. eins. Eins. Öffne weit die Füße. Und verlage. Seite zu Seite nach rechts und links. den Oberkörper nehmen. Den Oberkörper nehmen wir mit über vorne. Tief. Tief. Acht noch. Vier mal. Bleib vorne. Verlager. Körper vorne halte. Wir halten hier. Bounce. Tief. Rücken lang. Bauch angespannt. Acht noch. Vier. Drei. Komm hoch. Roll dich auf. March an der Stelle. Noch eine Runde. Wir joggen wieder. Los geht's. Komm. Komm. Arme wechseln mit Bizeps-Curl. Parallel. Zieh. Hoch. Hoch. Acht mehr. Hoch. Zieh. Noch vier mal. Drei. Zwei. Seite langsam. Hoch. Acht. Sieh. Zieh. Tempo jetzt. Komm. Acht. Hoch. Vier Stück. Locker lassen. Prima. Schultern entspannt. Marschieren an der Stelle. Side to side. Zieh. Nimm den Oberkörper nochmal mit. Tief. Tief. Die letzten acht. Noch vier Stück. Vorne bleiben. Bounce. Rücken lang. Bauch nach innen gezogen. Nach oben aufrollen. Bauch an der Stelle. Wir wiederholen zweimal unsere Folge. Danach geht's weiter. Einatmen. Aus. Geht in die Deckung. Hände einrollen. Die Finger. Daumen drauf. Schultern entspannt. Spannung. Bauch und hoch. Vier. Drei. Es geht nach links. Beziehungsweise linke Seite. Seit. Punch vor. Nach oben. Der Apperkat jetzt. Komm. Hoch. Hoch. Viel noch. Jawohl. Squat. Tief. Rand. Tief. Und weg. Noch mal. Rand. Andere Seite. Tief. Up. Rand. Kick. Lang. Up. Back. Kick. Lang. Prima. Knee lift. Nach vorne im Wechsel. Zieh. Hoch. Hoch. Zieh. Zieh. Hoch. Hoch. Vor. Vor. Acht mehr. Vor. Vier noch. Wieder March an der Stelle. Daraus ein Kick nach vorne. Knee Kick erst. Mal. Eins, zwei, Kick. Knie. Eins, zwei, Kick. Knie. Du marschierst dreimal. Ziehst dann das Knie nach oben. Hoch. Hoch. Zieh. Ich zeige es von der Seite. Dein Oberkörper weicht etwas nach hinten aus. Du hältst die Spannung im Bauch, damit du nicht im Rücken abknickst. Zieh. Streck deine Fußspitzen. Zieh. Der Kick wird mit dem Spann ausgeführt. Deshalb die Fußspitze strecken. Noch acht. Zieh. Die Fußspitze am Boden. Das Bein tritt aus. Vier noch. Drei. Zwei. March. Am platzen. Auf. Rechts. Sehr gut. Wir machen viermal den Knee Kick. Und viermal ein gestreckter Kick. So. March. Eins, zwei, drei. Knee. Streck jetzt vor. Kick. Kick. Und noch. Kick. Kick. Langes Bein. Oberkörper weicht ein Stück nach hinten aus. Und das Standbein tritt mit. Noch vier Stück. Letzter. Und March. Sehr gut. Ab unserem Squat nach links. Komm jetzt. Squat. Zwei. Kick. Seit. Wett. Squat. Und. Kick. Wechsel. Auf. Zwei. Marschier. Und knee kick. Eins, zwei, drei. Knee. Gestreckt. Letzter March. Sehr gut. Das wiederholen wir noch zweimal. Nur die Beinarbeit. Squat. Zwei Seite Kick. Andere Seite. Squat. Seite Kick. Kick. Und dann geht's nach vorne. Vier Knee Kick. Vier gestreckt. Atme ein. Bring deine Hände in die Deckung. Vier. Drei. Squat. Los geht's. Komm. Ran. Tief. Weg. Einer noch. Pro Seite zwei. Komm jetzt. Nach rechts. Und. Wechsel. Jawohl. Marsch. Kick. Knee vor. Armeinsatz dazu. Und streck vor. Halt die Deckung der Arme. Letzter. Marsch am Platz. Prima. Noch eine Runde. Deckung halten. Schultern locker. Vier. Drei. Jazz Squat nach links. Komm. Kick. Tief. Weg. Wechsel jetzt. Komm. Auf. Ran. Du marschierst. Kick vor. Knee. Der lange Kick. Weg. Weg. Letzter. Und Marsch. Aufrecht. Sehr gut. Wir hängen alles zusammen. Heute haben wir keine Konzentriere. Hier zu kombinieren. Etwas einfacher. rein. Die Elf bis drei. Atme ein. Feder hier. Und aus. Deckung einnehmen. Finger einrollen. Daumen drauf. Es beginnt. Komm. noch mal. Vorne der Punch. Vier. Drei. Zwei. Hoch. Lang. Apfel. Katz. Vier noch. Drei. Zwei. Squat. Zieh tief. Und ran. Kick. Side. Hoch. Nochmal. Andere Seite. Zieh jetzt. Auf. Back. Tief. Weg. Auf. Ran. March. Und nie vor. Arme in das. Langer Kick. Halt die Deckung. Letzter. March am Platz. Aufrecht. Prima. Du schaffst den letzten Durchgang mit mir. Öffne weit. Kontrollier noch mal die Herzfrequenz. Kurze Zeit zum Durchatmen. Hände in die Deckung bringen. Bounce an der Stelle. Schultern locker. Bauch und Po Spannung fest. Es geht los mit dem Punch Cross. Summit. Zwei. Na mal. Vor der Punch. Vier. Drei. Zwei. Hoch. Upper Cut jetzt. Komm. Vier noch. Squat. Zieh tief. Ran. Und weg. Wechsel. Wechsel. Fang. Zeit. Kick. Auf. Fang. Marsch hier mit Knee Kick. Lang vor. Lang vor. Kick gestreckt. Halt die Arme in der Deckung. Halt die Arme in der Deckung. Bauch auf Spannung und weich mit dem Oberkörper etwas aus. Prima. Hände lockern. Du joggst. Du joggst. Ein letztes Mal. Arme Bizeps Curl. Wenn dein Herzfrequenz zu hoch ist, bleib hierbei im Marsch. Parallel die Arme. Hoch. Hoch. Seitlich langsam. Zieh. Ab. Hoch. Zieh. Schulterblätter dabei eng nach hinten. Tempo. Acht. Noch. Vier. Drei. Zwei. Und March. Rech. Öffne weit. Zieh in den Seite zu Seite mit Oberkörper. Acht mehr. Sieh. Sieh. Vier. Drei. Seite zu Seite. Schwing jetzt. Flop. Sehr gut. Wir machen das Cooldown. Doppel-Test. Zwei Mal rechts. Und links. Sieh. Sieh. Vier. Arme im Wechsel vor. Single. Ein kleiner Kreis vor dem Körper. Vier mehr. Der Kreis über oben. Flach. Flach. Lass die Finger jetzt geöffnet. Gespreizt. Acht. Vier noch. Und Federn langsam in der Mitte. Tief. Hopp. Tief. Hopp. Arme gehen mit. Tief. Hopp. Lang. Ein und aus. Vier mehr. Tief. Hopp. Halt tief unten. Und verlagern das Gewicht. Rechts. Links. Lüder Oberkörper. Seid. Seid. Du neigst dich zur rechten Seite. Streck nicht lang. Halten. Das Bein strecken. Halten. Und tief nach unten ziehen. Halten. Den Arm zurück zur Decke strecken. Beide Beine beugen. Dreistich. Und wechselt. Rechte Arm zieht hoch. Beine Knie sind gebeugt. Halten. Nur das linke Bein strecken. Du ziehst nach unten zum linken Bein. Halten. 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 Zurück nach oben strecken. Beine Bein. Beine Beine beugen. Beine Beine beugen. Beine Beine beugen. Beine Beine beugen. Hände auf die Oberschenke. Strecken rutschen vor. Und zieh rund. Strecken. Rund. Einatmen. Und aus. Vorne gestreckt halten. Die Schultern schieben. Hände hoch. Rechts. Rechts. Links. Park. Rechte Schulter. Bleib vorne. Setz die Hand zum Boden. Und löse die linke Richtung Decke. Schau nach oben nach. Hände zurück zu den Oberschenkeln. Und nochmal im Weg. Vorschläge. Wir halten dann die linke Schulter vorne. Setz die Hand zum Boden ab. Und strecken die Hände weiter. Oben mit der rechten Hand. Lass die Hände weiter tief zum Boden kommen. Streck die Beine. Schwing den Oberkörper, die Arme hin und her. Du bleibst in der Mitte halten. Beine etwas enger noch fließen. Hände halten. Im Wechsel nun von dort aus die Knie beugen. Dabei bleiben beide Füße am Boden fest. Dehnen und nur die Knie bewegen. Im Wechsel rechts. Däck. Roll nach oben auf. Hoben. Ganz langsam. Schultern lösen. Hände vorne fassen. Oberrücker Not. Und öffnen. Außer mann setzen. Noch einmal. Ganz ruhig. Hals. Und öffnen. Zwei noch. Holger Oberkörper. Letzter. Hals. Hände nach hinten und hinten hinter den Rücken fassen. Und der Kopf zieht vorne tief. Und wieder hoch. Geht hoch. Und hoch. Wir entspannen jetzt wieder den Schulter-Nacken-Bereich. Dehnen die Brustmuskulatur. Der Kopf neigt nach rechts zu fliegen. Noch vier. Drei. Drei. Arme lockern. Schwingt vor und zurück. Hoch. Rück. Vier noch. Lang. Ab. Arme bleiben oben in die Länge. Ziehen. Arme seitlich öffnen. Kreiß die Hände. Andere Richtung reisen. Dann knopper Trinker bei den Händen vor. Auch egal, was denn. Und lösen. Sehr gut. Letztes Mal tief einatmen. Strecklich kommen in die Balance auf die Zehenspitze. Löst die Hände. Löst die Arme. Lass den Kopf locker und den Oberkörper locken. Sehr gut. So, damit haben wir es geschafft. Dankeschön fürs Mitmachen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.